Hallo, ich bin Ralf Fußmann. Und ich bin Sonja Schönemann. Und das hier ist die Kiste unserer Beziehung, über die wir ein sehr lustiges Buch geschrieben haben. Ja, weil Männer und Frauen, das muss man einfach nicht ganz offen sagen, in den allermeisten Fällen ist das ja wahnsinnig Quatsch. Jetzt zum Beispiel auch bei uns, nee, das machen wir nochmal. In unsere Kiste legen wir kleine Andenken an unsere gemeinsame Beziehung. Meistens lege ich da so Sachen rein. Richtig, ganz oft legt sie da meistens Sachen rein, damit wir uns später gemeinsam erinnern und sagen, hey Finch, weißt du noch? Weißt du noch? Männer haben weniger Nachteile als Erdbeben. Frauen haben oft mehr Brüste als Humor, also du jetzt nicht, Schatz. Hau ab! Beziehungen sind komplizierter als Bruchrechnen. Meinst du, andere Paare haben auch so eine Kiste? Andere Paare sind genau wie wir. Ach du Scheiße. Ja, sicher.